Und was heißt dieses 1 zu 1 jetzt für Edin Terzic, Conny? Ja, das ist natürlich, wie gesagt, viel zu wenig. Sie hatten eigentlich die Pflicht, in Augsburg zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt mal diese Statistik anguckt von Edin Terzic, in der Bundesliga, wir haben ja über die beiden Gesichter gesprochen, in der Champions League alles gut, aber in der Bundesliga ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Und damit kannst du eigentlich nicht in die Winterpause gehen. Sie haben jetzt noch dieses Abschlussspiel gegen Mainz 05, aber nichtsdestotrotz. Edin Terzic hat mal die Jobgarantie bekommen von Aki Watzke. Aber irgendwie hat man schon den Eindruck, es braucht neue Impulse beim BVB. Ob es jetzt die Trainerposition ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es läuft alles andere als rund jetzt wackelt sogar tatsächlich noch die Europa League. Ich würde gerne die Frage stellen, wie lange darf sich Terzic das noch leisten? Aber es fällt einem schwer, diese Frage zu stellen, weil sie ja in der Champions League so erfolgreich sind, zumindest ergebnistechnisch. Aber in der Bundesliga zeigen sie ein ganz anderes Gesicht. Was glaubst du, wie lange darf man diese Frage noch unter Verschluss halten und wann muss man sie stellen? Ja, also grundsätzlich ist halt eine Winterpause immer ein guter Zeitpunkt, um nochmal neue Impulse zu setzen. Ich glaube, wir müssen jetzt mal abwarten, was der BVB am letzten Spieltag macht. Und dann sind es ja zum Glück nicht wir, die das Ganze entscheiden müssen, sondern ein Aki Watzke. Ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, auch Edin Terzic, der große Star war am Ende der letzten Saison, hat sich das alles anders vorgestellt. Also, wenn ich so fand, geht's. Vielen Dank.